Willkommen zum Singabend. Ich freue mich sehr, dass viele so zahlreiche Schienen sind in meinem Atelier. Ich freue mich, dass ich den Raum mit zur Verfügung stellen darf. Und wir haben heute die Barbara, die Vera und den Michael, die mit uns spielen und singen werden. Ich freue mich sehr. Schönen Abend wünsche ich allen. Danke, Hans, dass wir da sein dürfen, in diesem besonderen Ort, der wirklich so voll mit Wendigkeit und Schönheit und Liebe ist. Wirklich jeder, jeder Kleinstall, der hier ist, dass so viel Aufmerksamkeit hineingeflossen ist. Es ist ganz schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen zu diesem gemeinsamen Abend. Wir können wieder beginnen mit einer kleinen Meditation, um anzukommen im Raum. Wir können wieder bei uns immer nicht anzukommen. Tief durchatmen. Spannungen im Körper loslassen. Alles loslassen. Alles loslassen. seulement in unserem Körper loslassen. Jetzt spüren wir wieder Atem, wie die Lungen füllt. Wir atmen in unserer Mitte, in unserer Kraft. Wir atmen in unserer Mitte, in unserer Kraft. Wir atmen in unserer Mitte, in unserer Kraft. Vielen Dank. 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 Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Amen. 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 Amen.